Es ist Montagmorgen, es ist Zügeltag. Schon besser? Nein, ich habe eigentlich das am Anfang nur geweint gefunden, als du da tief deprimiert hast gesessen bist. Es war ja lustig. Es ist Montagmorgen mit Zügeltag. Ich denke, so um diese 6 Stunden werden wir schon haben. Geladen ist. Jetzt gehen wir. Ab ins Lager. Du befindest dich auf der schnellsten Route. Es ist jetzt 12 Uhr. 4 Stunden haben wir Karten zum Laden. Wie ihr seht, mein ganzes Auto ist auch voll. Aber bisher ist alles ohne Probleme gegangen, wie gewohnt. Es ist das 4. Mal, dass wir mit Wintertransporter zügeln. Und bisher immer ohne Probleme. Es sind wirklich ganz gute Leute. Unglaublich viele Möglichkeiten. Eine kleine Kamera. Jetzt gehen wir gleich Mittag machen zuerst. Und dann geht es zum Lager ausladen. Ich hoffe wirklich, ich hoffe wirklich, dass es genug Platz hat im Lager. Sonst haben wir ein Problem. Keine Ahnung, wo wir sonst für das Zeug lagern. Das Ganze hat viel, viel mehr Platz gebraucht, als ich gedacht habe. Die Garage ist voll und das Fitnesszimmer ist noch nicht gezögelt. Und dann wachst du, was ihr macht? Das ist tot. Ich bin halt, die Moloch. Ich arbeite das mal. Ich bin halt. Vielen Dank.